Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist endlich geschafft. Ich freue mich mega. Der erste Sieg in Blackout ist geschafft. Ich habe mit meinem Kumpel Steve zusammen Duos gespielt, haben dabei auch live auf Twitch gestreamt, hat richtig Bock gemacht mit ein paar Live-Zuschauern den Sieg zu erspielen. Das war richtig stark. So sah meine Hand hinterher aus. 180 Puls bis 300 locker. Das Video lasse ich ungeschnitten. Viel Spaß dabei. Ein Daumen und ein Abo würde ich mich sehr darüber freuen. Und wer Bock hat, kann mir jetzt auch gerne bei Twitch folgen, damit er auch mal in den Genuss von einem Livestream kommt. Das war's von mir. Viel Spaß. Haut rein. Ich gehe zurück nach Atlantis. Genau, zu meiner Folge. Hier, jetzt Bärmdauern, meiner. Was für Bärmdauern. Klabuster, Bärmdauern. Ich habe die Orientierung verloren. Ich ertrinke. Wo ist denn? Nuketown Strand. Ja, wir wollen noch Action. Wenn du dich jetzt mal ein bisschen zusammenreißt. Weeeeee, Sturzfluch. Eine Million Meter pro Sekunde. Ich mach das Brett auf. So, drei Fallschirme habe ich gesehen. Ich bin hinter dir gleich. Hast du eine Waffe? Ja. Gut, dann komm. Die Haare, das wolltest du wohl nicht. Habe ich nicht gesehen. Ich war jetzt gerade im Rennrausch-Waffen-Klau-Modus. Rennrausch-Klau-Waffen-Bla. Ich kann es nicht nachsprechen. Es war mir zu kompliziert. Muss doch nicht. Oh, der Bus kommt. Was denn für Bus, meine? Naja, ist er der Haltestelle. Du willst Schienersatzverkehr. Warte, Adrian. Ach, das waren deine Schritte. Okay, jetzt komm. Das war sehr, sehr intelligent. Warte, wo müssen wir hin? Oh, wir sind gut. Wir sind drin. Wir können uns jetzt Zeit lassen. Denk dran. An absoluten. Ich bin schon am Start. Oh, lass mir noch was liegen. Hast du Schritte hier von An-Tunnel? Nee, nee, nee. Nee, das nennen wir mal ich. Gut, dann schießen die oben. Okay, lass uns das mal nutzen. Wenn wir mal an die Tür gucken, schöne. Jetzt hab ich mir von der Sekundärwaffe auf die Wasser-Spritzkistole. Ich hab ein Raketenerfer, das ist schön. Sag, wenn es weitergehen kann. Ja. Wollen wir erst mal weitergehen, geradeaus. Also hier und weiter looten. Ja. Loot, 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 loot. Sind wir eigentlich in der Zone? Alter, dann würde ich jetzt alles mit überrufen. Brauchen wir noch einen Rucksack. Die Musik ist schön. Schwertfisch ist die Salbe, oder? Ja, vierfach. Darf ich mal schießen kurz? Wozu? Die ist sehr präzise. Die ABK, was macht die? Ist das Sturmiger oder Salbe? Wenn du auf Start drückst und dir die Waffe anguckst, geh mit dem Kursor auf die Waffe und dann hast du rechts eine Beschreibung. Teilschutz, Salbe. Also sie sind vom Arsch für mich. Das kann ich dir nicht sagen, Onkel. Ey, wir starten auf Nuketown und keine Sau ist hier unten. Was ist denn los? Doch, die haben sich ja ein bisschen übelst bewumst. Wollen wir eins weiter? Warte? Mach ich. Okay, bin ich bereit. Bin bereit, bin bereit, bin bereit. Ja, so braucht man nicht elutet. Das ist denn ja los. Gut, die spielen wir jetzt. Oh ne, das Wiesicher ist ja richtig rotz. Weg. So ist besser. Das ist hier auch krach hier. Ansonsten Stufe 1 nicht nur noch, falls du brauchst. Willst du den Raketenwerfer mitnehmen? Weil ich habe ja gerade was cooleres gefunden. Was hast du denn so jetzt öffnet? Ich habe der S. Warte mal. Ich soll mal gucken. Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Oh. Was? Und Schüsse auch drinnen. Scheiß, weil ich nehme einen Raketenwerfer. Ja, ja, das sind Schüsse hier drinnen. Oder ich nehme über uns. Und wir müssen aufpassen, komm, 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 komm. Ich habe einen Raketenwerfer im Anschlag. Müssen wir mal gucken, dass das jetzt nicht von dem anderen Eingang kommt. Ich gucke mal kurz Richtung den anderen Eingang. Oh, du guckst gerade. Nee. Ich sehe hier keinen. Was ist die Frage? Was machen wir jetzt? Wollen wir erst einmal warten, bis die Zone sich ein bisschen... Guck mal machen. Können wir unten noch was looten? Oder ist jetzt alles fertig unten? An sich sind wir durch. Schade. Hm. Oh, noch kein Rucksack. Ach ja, noch einmal. Oh, hier sind so viele geile Waffen. Und ich habe noch Raketenwerfer. Ach, scheiße, ich verratze ich doch schon Raketenwerfer. Das ist doof. Oh, ich habe Schleichen. Oh, das habe ich jetzt überhaupt nicht eh rissen. Schleichen drin hast, da läufst du in der Hocke. Ich bin auf dem Weg. Das ist ja nur so eine Frage. Ja, du bist ja mit dem Schleichen schon immer krass. Warte, geh noch nicht ganz hoch, weil dann jetzt kommen wir zusammen. Ja, das Risiko, dass natürlich Newtown oben völlig verseucht von Leuten ist, das ist natürlich jetzt nicht gerade gering. Ich will auch rein, also hier in Newtown rein, richtig. Noch dann. Oh, ich will das nicht bereuen, dann möchte ich es auch nicht. Warum? Ach, komm. Oh, hier ist nachher uns gelootet groß, also nicht viel. Das ist doch, das zeige ich in meiner. Das ist doch verwunderlich, ey, sonst springen hier immer tausende Leute ab. Das klingt wie ein Boot, das ist, glaube ich, ein Motorboot, was da so... Ist der schon wieder behindert? Springt... Ey, das ist doch nicht wahr. Wie voll mit dem Stein, ey, springt der nicht da drüber? Völlig be... Naja, das ist nur zu aufregend, das erinnert sich ja eh nicht. So, jetzt müssen wir uns minimal... Ist schon da unten, der Bengel. Schüssel von links. Da ist eine... Hier, komm mal zurück, komm mal zurück, komm mal zurück. Da ist gerade so eine Aufklärungsding ins Land gefahren, von links nach rechts. Das heißt, der Typ muss irgendwo hier links auf der Seite sein. Oder die beiden. Oh, die Frage, wo? Können wir vorstellen, ist der irgendwo... Oh, wir lesen gleich mir beide. Die Zone kommt ja auch bald in einer Minute. Was ist denn mit dir los? Achso, hier ist er noch. Hab'n. War der komplett gleich down? Ja. Ne, dann lebt sein Teammate auch nicht mehr. Dann können wir jetzt weiter. Warte mal, standardmäßig. Ja, so gefällt mir das Standard-Rotpunkt-Visier. Wollen wir mal weiter, die Zone kommt bald. Und wir müssen uns jetzt echt ein bisschen beeilen. Ich würde dann sagen, dass wir dann, wenn wir hier draußen sind, rechts Richtung Brücke. Und die haben noch einmal geschossen, ja, ja, also denkt man. Ach, da war gerade schon noch ein Schuss. Du hast recht. Das kommt jetzt... Links, links rum, komm mit, komm mit, mit, folge mir auf. Ich bin doch schon unterwegs. Das ist auf dem Berg um. Der Berg ruft. Doch, wir haben den schießen. Ja, mach doch. Gut, den hätte ich fast noch... Schade. Was ist da ja, Kinder mehr? Was ist da hintergelaufen? Ich muss doch schießen. Ja, komm, wir rennen einfach hoch Richtung Vorsprung. Da ist er. Der guckt hoch. Wo ist er? Warte, ich laufe außen rum. Ich sehe niemanden. Einen habe ich. Und den mache ich auch gleich ganz da und da bin ich doch... Ich werde verfolgt hinter mir. Gut, Hammer. Sehr schön. Weil die Zone kommt. Ja, lass doch jetzt ruhig machen. Es sah recht professionell aus, was wir da gerade gemacht haben. Wollen wir mal weiterlaufen? Ja, müssen wir ja. Ja, ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich brauche auch Munitionen, sonst kann ich da auf einen Anfragen ankommen. Schwimmen oder Brücke? Obwohl, wir sind ja schon fast an der Zone. Ja, ich würde das Häuschen hier vorne, genau da, erstmal rein, bitte. Das ist nämlich in der Zone. Nee, nicht ganz. Das ist nicht in der Zone. Scheiße. Und dann auf der Brücke. Kann man zunächst noch ein bisschen Deckung abfassen, vielleicht. Das Auto hier auf jeden Fall, ansonsten springen wir rein unten. Ah, das war doch schon mal eine schöne Sache. Oh, es geht Richtung Schießstand. Trauma-Kit 2. Die 2, hast du jetzt 2 insgesamt? Ich habe 2, 3 mal geht's, ja. Wie weit müssen wir ein Alter aufhielst, gestern. Gibt mir schon am Stock. Also die Hades ist echt eine richtig coole Waffe. Das war meine zweite Fahrt, die ABA. Direkt vor uns, nee, das ist ein Zombie, aber das heißt, da sind welche. Nee, das muss nicht heißen, dass hier welche sind, nee, nee. Zombies sind manchmal einfach da. Das wäre jetzt, das wäre nur Munitionsverschwendung, wenn wir uns jetzt hier mit den Zombies anlegen. Nee, nee, ich laufe einfach weiter. Wobei, wenn du die killst, die lassen immer mal was cooles fallen, wie eben ein Trauma-Kit oder Mr. Guy oder was. Alter, wie lange pflegen die mir rum? Irgendwie weit hörst du das? Wir laufen auf die kurze Seite der Sohn. Ja. Es wird mich nicht wundern, wenn in dem Gebäude noch irgendwelche uns wegkrotzen wollen. Ich müsste meine Visier eigentlich auch mal umstellen, aber ich habe die Zeit dazu nicht. Ja, war jemand mit einem Quad? Also müssen wir aufpassen, dass nicht hinter uns gleich irgendwas passiert. Und weiterlaufen, weil die Zone kommt jetzt. Drei Stück sind sie, ja. Was, zwei Stück? Zwei Kurzstinder. Achso, ja, stimmt. Äh, wir müssen mal nach rechts jetzt. Ja, ja, ich weiß, ich war jetzt ruhig da, wo die Sohn, wo die, zum App, die ist ganz langsam, die Sohn, auf unserer Seite. Stimmt, du hast recht. Hab'n Schild. Das ist richtig uffredend hier. Ich hasse diese Vorratslieferung. Das ist so fucking laut und du hörst nichts weiter als das Ding. Vor uns, Jut. Der hat kein Teammate mehr, der hat kein Teammate mehr, der war sofort down. Ja? Ja. Minute. Das war schnell, nur Heilung, Notion. Nein, doch nicht das. Bist du, bist da, okay. Komm, wir können ein bisschen weiter rein, nochmal rüber hier. Mhm. Wir müssen eh wieder hoch dann. Was würde ich sagen, dass wir die Sohn langsamer kommen und beobachten, ein bisschen von allen Seiten so. Naja, wir müssen noch ein Stück weiter, ansonsten haben wir sie gleich im Nacken. Wenn man wieder um Zugzwang sind, wird man hektisch und findet vielleicht keine vernünftige Deckung. Deswegen habe ich hier noch, ja, Bäume, Bäume. Naja, gut, weil wir noch nicht ganz normal sind. Das ist ein Baum. Ähm, also ich frage, wo habe ich noch was anderes. Ja, der fette Baum vor uns direkt. Also, 150. So, jetzt haben wir schön in der Zone. So, mal bloß aufpassen, rechts oben, da ist Highground, ja. Die können natürlich uns mächtig abfacken. Jetzt ist die Frage, wollen wir wieder auf Richtung 80 laufen? Mit der Zone. Ach nee, das ist Blödsinn. Was ist denn überhaupt, das ist ja der Skistand, der Bauernhof wird es Ende sind, bis mit der Ecke. Ja, überlaufen hier hoch. Ja, würde ich kurz sagen. Schön, wir haben ja ein bisschen Zeit, bevor die Zone kommt. Können wir hoffen, dass jetzt keiner in dem Haus ist. Jetzt werden die Gäner braucht. Da haben wir schöne Krachnähe. So, Zone kommt. Oh, Schüsse. Heils, Schüsse vor uns. Hier oben. Gut, ist down. Ja, ist schon down, ist schon down. Oder haben noch welche geschossen? Das ist ein Sniper-Schüsse, das ist schon mal nicht so cool. Willst du den looten? Nee. Das ist mir zu viel Risiko. Aber ich habe nicht mehr viel Munition von der, von der, von der, na, von der Hades. Wenn wir mal eine Lücke haben, 5, 5, 6 bräuchte ich. Kann ich dir auch ein bisschen was droppen. Aber immer mit der Ruhe, wir haben Zeit. Ich darf uns nicht erwischen und sehen. Ich will ja nicht wissen, wo der ist, also. Du wolltest mir nämlich schon wieder ganz schön frei. Der große Baum hat erstmal hier versucht. Jo, könntest du mir die Munition fallen lassen, wenn du kannst. Äh, 5, 5, 6 hast du gesagt. Ja. Äh, ablegen noch mal X. So. So. Was seht ihr jetzt? Ich sehe es nicht. Ich stehe drauf. Einfach aufhelfen. Linie. Ja, kriegen Sie es. Jetzt habe ich es. Ich habe es jetzt zwar immer noch nicht gesehen, aber eher alliert alles klar. Weil wir müssen weiter. Time is coming. Alter, ich sehe nur noch grün, Mann. Angst ist in meinem Marsch. Sind wir Richtung 160 mit der Zone laufen dann, oder? Wir können noch ein bisschen warten. Willst du gleich weiter, oder? Müssen wir noch ein bisschen warten? Ja, ne. Oder bekriegen sie sich? Schütze sind nach unten. Na, dann lass uns weiterlaufen, oder? Ja, ja, ich will ja nur einen Blick halten. Ich will wissen, wo die Gegner sind, damit ich weiß, wo wir in die Veränderung kommen. Jetzt kommen schnell rüber und gucken. Und hoffen, dass hier drüben noch irgendwo ein bisschen Deckung scheiße ist. Ja, springt einer rum, zum Beispiel. Wo? Soll ich auf den Lasern, oder willst du nicht, oder? Na, das sind zwei. Die sind zu zwei. Der eine, lass uns einfach mal hinterherlaufen. Vielleicht haben wir Glück. Der eine ist 20 Meter weiter vorgelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob der gerade neben dem Baum liegt, links daneben. Wollen wir Richtung dem fetten Baum laufen? Ja, wir müssen. Wir brauchen Deckung, also irgendwas, oder? Wollen wir in die Richtung laufen? Da können wir die vielleicht von hinten kaschen. Die müssen ja auch laufen. Also wir laufen quasi direkt hinter denen. Scheiße, ich sehe sie nicht. Steve, wo bist du? Ich bin ja auch nicht, Alter. Ich bin ja neben dir. Gut. Fuck, ey. Wenn die sich umdrehen, sind die im Vorteil. Da hinten. Weil jetzt unten machen die Schuhe. Auf 80, ja, auf 80. Ja, da müssen wir hin. Da sind da hinten die Rand. Ja, da liegt einer auf 70, liegt einer im Gras. Da unten auf der Straße direkt, oder? Oh, fuck, ich habe das Gefühl, dass die Schüsse auf mich gehen. Da hinten sind sie. Wo sind sie? Oh, ich habe keine Granate mehr, verdammt. Hast du noch genug Heilung? Ja. 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 Die war ja nicht sehr weit. Testbar, ich habe eine Idee. Was? Die zwei Bäume links neben uns. Wir müssen ja gleich in die Zone. Ey, das ist nur noch einer. Nur zur Info. Es ist nur noch ein Gegner. Das ist der allerletzte. Ich auch. Deswegen ja. Bleib da, wo du bist. Komm her. Komm, komm, komm. In die Zone. Barrikade auf und dann ist gut. Ich habe auch eine Barrikade. Hoffen wir, dass der wirklich der, dass der letzte ist, der da mit hat. Aber ich weiß nicht, ob der alleine war. Ob der überhaupt in der Richtung war. Nee, da war keiner mehr. Das läuft keiner. Also. Würde ich sehen. Der ist jetzt im Zuchtzwang, der muss laufen. Ich aim rechts neben dem Baum. Gewaltige Instabilität entdecken. Evakuierungsbefehl zur Sicherheitszone erteilt. Der guckt links. Alter, der Wichser. Kann die Zone immer kleiner werden? Bleib du auf rechts gucken beim Baum. Immer weiter auf rechts schießen. Ja. Ah, scheiße. Er trifft mich. Ich bin down. Warte mal, ich muss nachladen. Die Zone wird kleiner, Casper. Du musst rennen. Jawoll. Jawoll. First Win, Junge. Jawoll. Mann. Mann geht mir die verfickte Pumpe. Oh. Mein Gott, Alter. Ich bin völlig fertig. Ey, ich hab einen Puls von einem Milliarden, ey. Ach, Quatsch. Am Arsch alles gut. Da, mein erster Sieg. Trophäe, Bitch. Ja, Mann. Oh, Alter. Jetzt kommen wir fünf Minuten runter. Guck mal. Guck mal kurz auf den Stream. Meine Flosse. Alter. Ey, ich hatte zum Schluss. Ich hatte. Ohne Scheiße. Ich hatte zum Schluss kein Aim. So wie der gesprungen ist. Ey, ich war so nervös. War deine Barrikade weg? Nee, 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 ich bin links vorbei. Ich wollte einen von links. Ich wollte, dass du einen von rechts höhlen kannst. Oh, war das geil. Aber ich habe meine Waffe nicht gewechselt. Ich wollte einfach nachgeladen. Das hat mich wirklich an. Meine Fresse, ey. Das war richtig cool.